06 TV wird Ihnen präsentiert von den LVM-Versicherungsagenturen Paul Ewerding und Manuel Pieper. Sascha, morgen kommt Rot-Weiß-Oberhausen ins Preußenstadion. Das dritte Heimspiel in der Liga in Folge und im Idealfall der dritte Heimsieg in Folge für euch. Das wünschen wir uns natürlich, gerade wie der Heimspiel unserer Zuschauer. Wir freuen uns total drauf. Von mir aus könnten wir immer nur Heimspieler haben, weil es einfach total viel Freude bereitet. Wir haben uns gut vorbereitet diese Woche. Wir warten ein sehr, sehr hartes Spiel, ein schweres Spiel für uns, aber hoffentlich dann mit drei Punkten auch für uns. Was im Spiel der Jungs so ein bisschen auffällt, ist einfach, dass sie ihre Selbstverständlichkeit auf dem Platz wiedergefunden haben. Man hat schon vorher eigentlich das Gefühl, sie gewinnen ihre Spiele. Kann man sowas in so ein Spitzenspiel übertragen? Ja, das musst du. Wir hatten in den letzten Spielen auch immer die Spielkontrolle. Wir wollen natürlich morgen auch wieder haben, viel Ballbesitz, uns gut in Position bringen, schnelle Abschlüsse haben. Also alles das, was uns jetzt ausgezeichnet hat, auch in den letzten Spielen, wie du schon sagst, das Selbstverständnis wieder rüberbringen, mit viel Selbstvertrauen spielen, um uns dann auch zu belohnen. Oberhausen kennt man noch aus der letzten Spielzeit. Was macht sie aber vielleicht diese Saison sogar noch ein bisschen stärker? Ja, also beides können. Sie können gut Fußball spielen, absolut. Sie können aber auch mit Standards sehr, sehr gefährlich sein. Wir müssen da höllisch aufpassen, dass wir da diesen Mix auch mitgehen. Das heißt, natürlich auch robust sind, aber auch trotzdem unsere Stärke des Fußballspielen weiterhin so gut fortsetzen. Vielen Dank.